Auch beim Wasserschaft gilt es, neue Wege einzuschlagen. ...gesprochen und diskutiert wird. Mit Schorge schauen die Menschen hier in dieser Region zum Teil über die grüne Grenzen... ...jetzt liefern mit den drei zusätzlichen Haubitzen gemeinsam mit den Liederländern zusammen... ...Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Molen. Oh Kurwa!